Guten Abend, Herr Doktor Vogelsack. Sie gelten als Spezialist für den hornhautfarbenen Tripper. Man muss ja sagen, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, denn auch alle ihre zehn Töchter und Söhne haben diese Krankheit. Zunächst einmal ganz herzlichen Dank und ein Grüß Gott, liebe Frau Schweinebauch. Nun, die Libido in unserer Familie ist extrem ausgeprägt. Ich möchte sagen, so formvoll endet, dass die Freude, nein, ich möchte sagen, die Ekstase. Wie haben Sie sich denn diesen hornhautfarbenen Tripper, der sich ja blumenkohlartig in Ihrer Hose ausgebreitet hat, Wie haben Sie ihn denn bekommen? Ziemlich schnell.